Let's Play Some Games, weil Zocken geil ist. Hallo Leute, ich bin Kalla von Let's Play Some Games, jetzt mit einem kleinen Testvideo. Denn es geht darum, wir wollen eigentlich unseren Channel Let's Play Some Games ein bisschen voranbringen, den nächsten Schritt machen. Und eigentlich weg von den reinen Let's Plays, ein bisschen mehr hin zu Reviews und Filmen, die Best Of zusammenstellen oder euch einfach mal so vakante Punkte zeigen, wir uns ein Thema rausnehmen, von einem Spiel darüber richten und eigentlich mehr mit euch machen wollen. Die Frage an euch jetzt als Community ist eigentlich, möchtet ihr das von uns überhaupt? Habt ihr Lust damit zu machen? Denn wir investieren zum Beispiel hier in unsere Technik. Wir wollen mehr so was wie Couch Gaming machen. Wir wollen vielleicht mehr bei Multiplayern, dass wir Sachen Kameras zum Beispiel zusammenschalten. Und warum machen wir das? Ja, weil wir Spaß daran haben, aber natürlich möchten wir auch gerne etwas tun, wo ihr auch Lust zu habt. Also schreibt uns einen Kommentar. Was haltet ihr davon? Was habt ihr für Ideen? Möchtet ihr irgendwas Bestimmtes sehen? Wollt ihr einfach nur ganz normal eine Woche mit oder einfache Let's Play Videos haben oder reizt es euch auch da ein bisschen mehr rauszuholen? Wir freuen uns auf eure Tipps und sind da doch sehr gespannt drauf, wie das hier mit unserem Channel jetzt bald weitergehen wird. Eêu, wie auf die Auflöf. Möchtet ihr euchodies ہو? E-